Yes, bei manchen Gästen freue ich mich besonders, wenn sie hier im Studio sind. Loyalty over Love, dein drittes Studioalbum ist da. Reezy Supreme, wie geht's dir? Sehr gut, danke mein Bruder, danke dir, ich hoffe dir auch. Ey, mir geht's auch gut. Endlich ist das Album da. Tatsächlich die längste Pause zwischen zwei Projekten, die du uns hast warten lassen. Lag das eigentlich nur an Corona und an den ganzen Gegebenheiten, die jetzt logischerweise die letzten zwei Jahre am Start waren oder woran lag das so für dich? Es lag unter anderem auch daran, dass meine Festplatte eher geklaut wurde, wie man mitbekommen hat. Lag natürlich auch, wie gesagt, daran, dass mich das alles so ein bisschen nach hinten geworfen hat, zeittechnisch. Abgesehen davon lag es aber auch daran, dass ich einfach die Zeit genutzt habe oder nutzen wollte, um mich einfach zu entwickeln. Weiß man einfach zu checken, okay, den perfekten Rapper oder den perfekten Mensch gibt's sowieso nicht. Wo sind deine Stärken? Wo sind deine Schwächen? Wo kannst du daran arbeiten? Und habe mich einfach fokussiert, habe einfach sehr viele Songs gemacht, sehr viele Sachen einfach auch ausprobiert und Styles ausprobiert und ja. Diese Festplattensache, deine Festplatte wurde aus deinem Auto geklaut, ne? Ja. Also richtig eingebrochen geklaut da. Ja, beziehungsweise war das so ein Ding, also wir vermuten es, bis heute wissen wir es immer noch nicht wirklich genauso, aber die Vermutung liegt dabei, weil in der Ecke in Frankfurt passiert das öfter, dass da Leute einfach so einen Signalblocker hatten. Es gibt so Signalblocker, dass halt wenn dein Auto abschließt mit dem Schlüssel, das Signal wird einfach blockiert, du läufst weg von deinem Auto, denkst, du machst zu, es ist zu, aber es ist nicht zu, so das Signal wird blockiert. Darauf vermuten wir uns einfach. Ich war einfach beim Friseur gewesen. Einfach in Frankfurt, Konstabla Wache, war bei meinem Friseur gewesen, hab das Auto da geparkt. Konsti, Alter. Ja, ja, an der Konsti, klassisch. Hab mein Auto da geparkt, bin zum Friseur gegangen, bin zurückgekommen vom Friseur, wollte auch einfach, wie der Zufall es will, danach ins Studio, so habe ich es ja auch gemerkt. Ja. Bin zum Studio gefahren mit Trim, dann waren wir auf dem Studioparkplatz. Ich mache hinten die Tür auf und meine Laptop-Tasche rausholen, da war es weg. Also Laptop ist auch weg, Festplatte war weg, alles war weg. Laptop ist weg, Festplatte war weg, ja. Und das war das einzige, was gefehlt hat? Ja, es war die Laptop-Tasche und da drin war ja nur der Laptop und Ding, da waren halt noch ein paar andere Sachen drin, da war ein bisschen Weed und was weiß ich drin. Aber wie gesagt, das Schlimmste war ja die Festplatte. Der Laptop war mir auch egal, weil auf dem Laptop, ich habe nie großartige Sachen auf dem Laptop gespeichert gehabt. Weißt du, es war alles auf dieser einen Festplatte sozusagen. Deswegen der Laptop wäre jetzt einfach nur so ein Warenwertverlust. Das andere hatte halt so einen viel, viel tieferen Verlust. Glaubst du, das war irgendwas Gezieltes oder war das einfach nur ein Raubüberfall oder ein Überfall? Das war nichts Gezieltes. Also man wusste nicht, dass man da gerade Reezys Festplatte schnappt? Eine Million Prozent nicht. Eine Million Prozent nicht. Also ich bin mir relativ sicher, man weiß es ja nie, aber ich bin mir da sehr sicher, weil auch das Auto war eine Woche davor bei mir in der Werkstatt. Die Werkstatt hat, als sie das Auto aufgeräumt hat, haben das ganze Kleingeld, was so im Auto rumgeflogen ist überall, kennt man ja, haben die einfach in so eine Tüte gemacht, in so eine Frischhaltetüte und haben die in die Mittelkonsole reingetan. Ja. Und diese Kleingeldtüte hat auch gefehlt und habe ich gewusst, das war kein gezielter Laptopangriff. Das war einfach jemand, der echt gedacht hat, Jackpot ist ein MacBook. Der hat die Festplatte wahrscheinlich in irgendein Gebüsch geschmissen, gar keine Verwendung dafür gehabt wahrscheinlich, weißt du. Und hat das MacBook irgendwo vercheckt auf die Schnelle. Das ist jetzt natürlich super schwer zu sagen, außer du weißt konkret zu dem Zeitpunkt, wie weit du warst, aber wie viel Prozent oder wie viel Material, was im Endeffekt das Licht der Welt erblickt hätte, ist damit verloren gegangen? Boah, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich schon sehr viel. Ich sagte ehrlich, ich glaube, da war schon sehr viel drauf, womit man viel vorhatte. Und auch zum Beispiel, das Ding ist, man darf ja nicht vergessen, man arbeitet ja auch mit anderen Künstlern hier und da mal zusammen. Ich bin ja jetzt nicht der Typ, der jetzt überall zu sehen ist, so das weiß man ja. Aber trotzdem hat man ja immer irgendwo Projekte, wo man einfach Bock drauf hatten, die man schon hat. Da gab es auch Künstler, die auch darunter gelitten hatten, dass meine Festplatte weg war. Ja, klar. Ich habe mir da, wie gesagt, auch keine Sorgen gemacht wegen irgendwelchen Leaks oder weißt was ich meine. So sollen wir aufhören mit diesem Film. Aber du dachtest, es ist eh nicht jemand, der weiß. Ja, es war mir klar, gerade an der Konsti da in der Ecke und so. Weißt du was ich meine? Wenn mich da jemand gezielt gerippt hätte, dann hätten wir den nach zehn Minuten wieder gefunden. Das war halt irgendeiner, mit dem wir nichts zu tun haben, der mit uns nichts zu tun hat, der gar nicht weiß, was der da gerade überhaupt geklaut hat oder sonst irgendwas. Oh Mann, das ist ja fast noch dramatischer so. Ja, das Ding ist für uns alle ist klar. Jeder von uns, jeden von uns ist klar. Diese Festplatte wurde irgendwo in irgendein Gebüsch geworfen oder irgendwo in den Müll oder einfach entsorgt. Ja. Die Festplatte hat gar keine Verwendung mehr gehabt. Oh Mann, Alter. Wie sehr ist, wie sehr ist, ich meine, dass die Mucke dann weg ist, ist der eine Verlust. Aber wie sehr belastet das einen mental? Wie lange hat sich das mental blockiert, so überhaupt weiterzumachen oder zu akzeptieren, dass da jetzt irgendwas weg ist? Das ist ja schon ein Prozess, ne? Ja, ich muss ehrlich sagen, mental hat mich das schon stark belastet, die ersten Tage. Da hätte ich so, ich bin voll in so einen Depri-Film gefahren, voll krass. Und ich kannte das auch davor noch nie so, in so einer Situation zu sein. Egal, was man für Phasen im Leben hatte, die waren irgendwie immer anders. Vom Feeling her einfach so. Konnten auch anders gelöst werden oder sonst irgendwas. Aber das war so, das war das Problem, das nicht zu lösen ist. Das berühmte Problem, da gibt es keine Lösung für. Es gibt einfach keine Lösung für. Egal, was du machen willst, du tun willst, es gibt keine Lösung für. Und da muss man dann offen und ehrlich zugeben, dass mich das die ersten Tage schon hart deprimiert hat, so, dass ich schon so an so einem Punkt war, wo ich gesagt habe, Digga, ich weiß nicht, Digga. So jetzt in dem Moment, ich habe gar kein Wort mehr ins Studio zu gehen und überhaupt Musik zu machen. So, weil für mich war das einfach, ey, meine ganze Legacy auf einer Festplatte ist einfach weg. Weil abgesehen von Songs, die unreleased waren, die rauskommen oder so, waren da einfach, da war einfach alles drauf, was ich gemacht habe. Das war für mich auch selber einfach, das war wie mein Black Book. So, wenn jetzt damals irgendein Writer ein Black Book hatte, wo er seine Texte reingeschrieben hat. Ja. Wenn das ihm jemand gerippt hätte, das wäre wahrscheinlich auch so ein Herzbruch gewesen zu damaligen Zeiten. So war das bei mir mit der Festplatte, so, ne. Boah, Alter. Dass man wirklich sagt, das hat so auch so einen emotionalen Wert für einen. Aber so, wenn du jetzt nach dem Zeitraum fragst, ich muss dir ehrlich sagen, das ging fünf Tage. Und nach dem sechsten Tag habe ich gesagt, Digga, weißt du was, was holst du hier eigentlich rum, Digga? Geh ins Studio, du bist eh einfach, du bist der Shit, Digga. Zieh durch. So, und so war es auch so. Da muss ich auch Props an meine Jungs geben, die mir das auch genau so eingetrischert haben, diese fünf Tage davor, sag ich mal, vor dem sechsten Tag. So, weil ich weiß ganz genau, dass am sechsten Tag ich wieder im Studio war. Schon fünf Tage lang war ich zu Hause. Die haben alle gesagt, Digga, so mein Bruder Trim und alle haben gesagt, Digga, scheiß drauf, Digga. So, wir gucken dir jeden Tag zu, wie du arbeitest, Digga, du bist einfach der Motherfucker. Was machst du dir überhaupt Gedanken, Digga? Und dann war das so, hab ich so gedacht, Digga, die Jungs haben recht, man, so heul nicht rum. Mach einfach so, vielleicht sollte es so sein, vielleicht war deine Musik, die du jetzt raushauen wolltest, vielleicht war die, stell mal vor, die war nicht so krass wie das, was du jetzt machst. Mhm. Oder was du jetzt im Nachhinein gemacht hast, so, ne? Ist natürlich der Klassiker, dass man sagt, ey, grad bei sowas, so auch künstlerischen Kreationen, die Magie ist hier oben bei dir, so in deinen Fingern und nicht hier auf der Festplatte, so am Ende des Tages. Weil du grad sagst, ey, das ist ein Problem, wo man keine Lösung für hat. Also, die eine Lösung ist ja einfach das Akzeptieren dann im Endeffekt und sagen, ey, whatever ist jetzt weg. Die andere Lösung, die sich vielleicht viele Leute so im Internet immer denken, also klar, du kannst jetzt nicht deine ganzen alten Spuren von deinen alten Alben jetzt nachbauen, aber zumindest die Sachen, also viele fragen sich dann wahrscheinlich, okay, die sieben Songs oder so, die der geil fand, warum macht er die jetzt nicht nochmal? Boah, das ist die schlimmste Frage, die schlimmste Frage. Deswegen, vielleicht werden die einmal erläutert, warum das nicht so möglich ist. Ja, ja, ich erläuter die jetzt auf jeden Fall, weil das ist eine sehr wichtige Frage, die du gestellt hast, sag dir ehrlich, weil die Frage krieg ich natürlich sehr oft gestellt. Am Anfang war es auch noch so, ey, so okay, die wissen einfach nicht, was so, wie das alles abläuft und so. Weißt du, ich meine, man kann es nicht übel nehmen. Irgendwann habe ich mich so persönlich angegriffen gefühlt von Leuten, die mir geschrieben haben, ey, warte an den Song einfach. Ja, als wärst du nicht in der Lage. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber nee, das Ding dahinter ist einfach, es gibt ein paar entscheidende Faktoren, die da mitspielen. Es gibt theoretisch, es gibt einfach Songs, und das ist bei jedem Künstler auch, glaube ich, einfach unterschiedlich. Es gibt Songs, die kannst du auch einfach nachmachen, kannst du auch nochmal machen. Sagen wir mal jetzt, der Beat wurde von jemand anderem produziert, ich habe daran nichts mehr gemacht, ich habe den Beat genommen und habe halt einfach übel straight drauf gerappt. Ich werde jedes Mal auf dem Beat so straight drauf rappen. Weißt du, was ich meine? Das ist dann auch nicht das Ding. Aber wenn du dann Sachen hast, wo du selber die Beats gemacht hast, selber irgendwie, oder sagen wir, du hast selber die Beats gemacht und es war voll das weibige Ding, voll so ein weibiger Song, so den Vibe catchst du halt einfach nicht nochmal vielleicht. Vielleicht hast du dich an diesem einen Abend so und so gefühlt, weil das und das passiert ist und so und das ist ja alles so. Das ist ja so die Magie hinter Musik oder die Magie hinter echter Musik, sag ich mal. Es müssen ein paar Sachen im Universum passieren, dass dieser Song entsteht. Weißt du, was ich meine? Ohne das und das und das wäre so ein Song wahrscheinlich nicht entstanden. Bei manchen Songs hat man es ja sogar versucht. Und dann gibt es ja noch den anderen Aspekt, dass du einfach sagst, Digga, es soll so sein. Ich soll den jetzt nicht nochmal neu aufnehmen. Weißt du, was ich meine? Wenn der Song so rauskommen hätte sollen, dann hättest du ihn jetzt noch hier. Das ist noch so ein anderer Ding, der dann bei deiner Psyche noch mitspielt. Und das dritte Ding ist halt, wie gesagt, wenn du selber an den Beats rummachst und so oder selber produzierst, wie ich es mache, den Beat eins zu eins wieder nachstellen, das wird sehr schwer. So, es gibt zum Beispiel einen Song, der jetzt auch auf meinem neuen Album ist. Der ist von der geklauten Festplatte. Der Song war schon, der war noch nicht gemixt, also richtig gemixt. Ich mix die Dinger immer vor und schicke sie dann zu Hubertus, zu meinem Mixer. Und dann Lex oder Zino, je nachdem, mastern das Ding dann. Bei dem Song war es so, ey, wir hatten einfach diesen Premix von mir gehabt in der Dropbox. Ich fand die Emotionen in dem Song so krass, dass ich gesagt habe, Digga, weißt du was, egal wie der klingt, er klingt jetzt nicht so, wie ich ihn eigentlich hätte. Und ich weiß, dass das irgendwie, also so habe ich gedacht. Ich weiß, dass wenn wir jetzt nochmal da das Projekt hätten und rangehen würden, das krasser wäre. Ja. Im Endeffekt hat Lex das Ding gemastert und ich war so im Auto und war so, wow, Digga. Krass. Der ist genauso perfekt wie der ist. Gott sei Dank sind wir da nicht mehr in den Mix reingegangen. Der hat genau so, muss der klingen eigentlich. Ja. Und der ist dann auch aufs Album gekommen, weil das dann vielleicht einfach so eine Emotion war, wo ich gesagt habe, Digga, die muss da rein. Ja. Welcher ist das? Das ist Diamonds aus Afrika. Ah, krass. Ja. Okay. Hört man nicht, ne? Nee, hört man gar nicht, überhaupt nicht, ne? Krass, Mann. Ja, aber es stimmt, das ist eigentlich eine ganz gute Erklärung zu sagen, ey, die Magie an der Musik ist ja auch, dass es nicht replizierbar ist. Also sonst wäre die Mucke ja nicht so besonders, wie sie ist, wenn du die immer wieder neu, den gleichen Song immer wieder neu machen kannst. Ganz genau. Du bist zwar im Studio, du singst eine Sache und du hittest aber irgendwie die Note nicht so, wie du in der Demo hattest. Weiß ich meine, das ist schwer manchmal. Ja. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon ein konkretes Album gerüst? Du hast zum Beispiel inklusive Name und so weiter oder wie weit warst du da projektmäßig so? Ne, ich muss dir ehrlich sagen, Name sowieso nicht, weil Name ist bei mir immer, ich suche gar nicht so oft Kram von Albumnamen oder einem Projektname, wenn ich anfange zu arbeiten. Wenn ich keinen Projektname habe, dann heißt der Ort dann einfach 2022 irgendwas. Du weißt, was ich meine, Wave oder Vibes oder so. Irgendwie sowas. Und weil ich bin der festen Überzeugung und es war auch bis jetzt immer so bei allen meinen Platten, dass einfach irgendwann so dann, wenn es Zeitpunkt war, einen Namen zu finden, kam dann einfach der Name. Der präsentiert sich. Das Leben hat sich dann mit den Songs zusammen und dem Leben, was man zu der Zeit geführt hat, führt sich dann einfach der Albumname oder der Titel des Albums zusammen und dann ist das Ding durch. Es ist eigentlich voll interessant, was du gerade sagst, weil ich habe das Gefühl, also wenn man sich jetzt das Album anguckt, es gibt ein paar Songs, die kennt man schon seit, ich weiß nicht, was war die erste Single? Manchester wahrscheinlich. Manchester, ja. Ja, die kennt man schon seit einigen Monaten. Trotzdem fühlt sich jetzt die Reise zum Album relativ kurz an, weil du hast auch kurz angekündigt, okay, das ist der Titel, der schwammt schon so ein bisschen rum, aber konkret mit Ankündigungen und so war das sehr Schlag auf Schlag diesmal bei dir. Das war letztes Mal, glaube ich, ein bisschen anders bei Weiß von Heartbreaks. Da hast du ganz früh schon angekündigt, so heißt das Album, das ist die Reise, auf die wir gehen. Wieso hast du das diesmal anders gemacht? Tatsächlich bei Weiß von Heartbreaks war es so, dass zum Beispiel da der Albumtitel viel früher ja schon im Prozess kam. Ja. Er hat sich da rauskristallisiert und für mich war das dann, ey, das ist einfach der Albumtitel so, weil wie gesagt, ich, ich, ich feile da nicht so lange rum an einem Namen oder setze mich zu Hause hin und brainstormen. Ich lasse einfach auf mich kommen und das, was direkt snappt in meinem Kopf, das nehme ich auch, weil ich bin der Meinung, dass das dann auch immer das ist, was es sein soll. Ja. Das, was mir das erste richtige Gefühl dazu gibt. Klar, es kann immer mal passieren, dass du dann vier Wochen später was voll krasses anderes hast. Weil, na klar, vor loyalty over love hatte man auch ein, zwei andere so Projektnamen gehabt, bei denen man aber wusste, das ist jetzt wahrscheinlich nichts finales. Das richtige, das Feeling, das catcht man einfach so. Der Name kommt und dann sagt man, ey, das ist es hunderttausend Prozent. Ja. Das war dann so. Und bei dem Album warst du dadurch, dass man ja, oder dass ich jetzt die ganze Teenager Forever, Family, Fans, wie auch immer, einfach länger warten lassen hab, hab ich mir gedacht, Digga, was soll ich jetzt, ich hätte ja auch noch einfach so eine Promo rausschlagen können und sagen können, weißt du was, das Album kommt jetzt in vier Monaten und ich schlag jetzt voll die Promo raus. Aber mir ist ja schon bewusst gewesen, dass ich mir ein bisschen länger Zeit gelassen hab und hab mir gedacht, Digga, komm, das ist doch auch immer viel geiler, wenn der Lachs einfach dann direkt kommt. Du kündigst ihn an und du weißt, ey, okay, ein paar Wochen ist er dann auch da, als wenn du halt vier Monate drauf wartest. Sowas kann ja auch nach hinten gehen. Ist eigentlich noch näher dran an diesem Konzept, was du auch letztes Mal im Interview gesagt hast, wo wir in Frankfurt im Studio saßen, wo du meintest, ey, ich will selber auch am Release Day noch in dem Vibe von dem Album sein. Genau. Ich will am besten auch genauso aufgeregt sein wie die Leute, die das zum ersten Mal hören. Und das ist natürlich diesmal extrem der Fall, weil du hast das Gefühl, gestern einkündigt, morgen kommst du raus und die Leute sind hyped, du bist hyped, so. Das ist schon auch ein geiles Gefühl. Ja, ich glaube, mein Management hört das nicht gerne. Aber natürlich habe ich das immer im Kopf. Genau das, was wir im letzten Interview hatten. Dieses, ey, ich habe keinen Bock, mein Album, es ist einfach so und es wird auch immer so bleiben. Und es tut mir leid, für egal wen, wer mein Management macht oder machen wird oder überhaupt was macht, es wird wahrscheinlich immer so sein, dass ich am letzten Tag der Abgabe abgeben werde. Ich werde mein Album nicht fünf Monate vorher abgeben, Digga. Ich habe keinen Bock darauf, dass ich dann nach fünf Monaten kommt das Album raus, Digga. Und für mich ist es so, ja, mein nächstes Album ist jetzt fertig geworden. Ich bin voll in dem Vibe. Digga, ich muss das mit den Leuten fühlen. Weißt du, was ich meine? Ich muss ja auch irgendwie den Leuten das Gefühl geben, dass ich das gerade bin, was da passiert. Ja, ja, ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist mir voll wichtig. Das klingt so ein bisschen wie neues Level in der Karriere. Ja. Und ich finde auch, das Album hört sich auch ein bisschen so an. Und vor allen Dingen auch dein Standing hat sich natürlich kontinuierlich entwickelt über die letzten Jahre. Von dem Punkt, wo wir ganz am Anfang gesagt haben, ey, du bist der Lieblingsproducer des Lieblingsrappers. Dann warst du irgendwann der Lieblingsrapper des Lieblingsrappers und der Geheimtipp und so weiter. Und jetzt bist du so dermaßen etabliert, also die Tour, die du spielst, ist riesiger denn je. Wie fühlt sich das für dich an, an dem Punkt deiner Karriere jetzt, wo du vielleicht aus meiner Sicht so ein bisschen endlich ausgebrochen bist aus diesem, ey, der Geheimtipp, jetzt ist er hier. Ich muss ehrlich sagen, jetzt im Moment fühlt sich echt unglaublich an. Dieser ganze Vibe, der jetzt gerade so herrscht, weil man einfach, wie gesagt, weil man auch so nice arbeitet und alles geht, wendet sich gerade zum Guten. Ich meine jetzt nicht nur privat meine Musik, sondern weltweit einfach im Sinne von dieses ganze Corona-Ding. Natürlich gibt es immer viele Probleme auf der Welt, aber auf die wollen wir jetzt nicht eingehen. Ich meine, dieses ganze Corona-Ding und die ganzen Leute waren eingeferscht und einfach jeder Mensch auf der Welt hatte irgendein Problem, ist dadurch entstanden. So ob es ein kleines oder ein großes war, aber irgendwelche Probleme sind entstanden dadurch und es war so, es war alles ein bisschen depressiv und traurig und melancholisch so gefühlt so ne, was ja auch nicht verkehrt ist. So Melancholie ist immer schön, aber so wenn es dann halt zu sehr in so eine Depri-Richtung geht für alle Menschen, gerade für Jugendliche oder junge Erwachsene, die gerade die Zeit ihres Lebens haben, aber sie nicht nutzen können, so denen so einfach wirklich ein paar Jahre gestohlen werden leider, wofür halt niemand was kann im Endeffekt, ist halt so, dass jetzt alles sich gut anfühlt. Ich sehe die Kids oder die Leute einfach wie die durchdrehen. So bei mir ist auch, man muss ja auch sagen, es sind ja auch nicht mehr Kids. Bei der letzten Tour waren viel mehr Kids auf meiner Tour. Jetzt habe ich mit einem Dude geredet, schöne Grüße an ihn auf jeden Fall. Der hat sich die Tickets mit 17 geholt und ist jetzt 19 geworden. Wie gesagt, ich habe es dir ja gesagt, mit 17 wollte er mit dem Bus zur Tour kommen, ist jetzt mit dem Auto gekommen. Er sagt auch, ich bin jetzt einmal erwachsen geworden. Ja, mit Führerscheinen, es ist krass einfach. Es ist wirklich krass. Ey, das ist ein Punkt, den du ansprichst, Alter. Gerade für junge Leute, das stimmt, dass zwei Jahre einfach weg sind in der Entwicklung und also, weißt du, wenn du oder ich uns zurückerinnern, was wir genau in diesen Jahren gemacht haben zwischen 15 und 20, Alter, da hat sich die Welt dreimal gedreht, so privat für einen. Ja. Wie ist das, wenn man jetzt sagt, natürlich krass überspitzt vom Underdog zum Champion, diese Entwicklung über die letzten zwei, drei Alben. Gibt es Dinge, die unangenehmer geworden sind, die man vielleicht gar nicht erwartet hätte, wo du sagst, so dieses typische More Money, More Problems mäßige, aber jetzt nicht nur auf Geld, sondern auf die Karriere an sich bezogen, wo du sagst, ey, das und das war aber trotzdem irgendwie damals leichter, als man noch nicht vielleicht den Druck hatte oder so. Hundert Prozent, hundert Prozent. Und ich glaube, die Leute werden es realisieren, wenn die mein Album hören, dass das auf jeden Fall ein entscheidender Faktor bei meinem neuen Album war, war dieser Leistungsdruck, nachdem man mal ein, zwei Hits gemacht hat. Weil das kennt auch nicht jeder Rapper so, weil es gibt auch viele erfolgreiche Rapper, die aber in dieser Hitwelt nicht stattfinden. Die sind erfolgreich in dem, was sie tun, aber die sind nicht auf Hits aus, machen keine Hits und ihre Fanbase basiert auch nicht auf diesen Mainstream-Hits oder Hits, die zu Mainstream-Hits werden. Das heißt, na klar war bei mir ein Leistungsdruck da, gerade nach Phantom und Sandmann zum Beispiel, jetzt zwei Songs, die wirklich für meine Verhältnisse durch die Decke gegangen sind und Hits waren. Klar ist da der Leistungsdruck gestiegen. Und im Sinne von, man hat dann eine Zeit lang, war man wirklich so auf, okay, man braucht den Nächsten. Weil das erwarten die Leute, man braucht den Nächsten, man braucht den Nächsten. Und irgendwann, als ich gecheckt habe, dass es darum nicht geht und das ist in meiner Karriere, bei anderen ist das vielleicht so, das ist doch schön und gut so, aber in meiner Karriere geht es nicht darum. Das musste ich aber erstmal lernen und checken, nach diesen Hits wieder. Dass meine Karriere so oder so von Anfang an anders war. Ich war so oder so immer der Underdog in Anführungszeichen. Jeder Zweite wusste, ich bin krasser als diese ganzen Vögel. Aber trotzdem war ich schon mal der Underdog so. Man muss es leider mal jetzt so ausdrücken, aber es ist so, zu der Zeit so. Weißt du, ich meine, ich rede jetzt gar nicht über jetzt gerade, sondern ich rede zu der Zeit, wo ich neu rausgekommen bin. Wo jeder Zweite wusste, Digga, der Typ ist eigentlich eine Gefahr. Und auch Leute dann vor mir auf Bro und Bruder getan haben, aber den Song dann nicht geteilt haben. Das gab es ja alles so. Und dann keinerlei Unterstützung kam, weil man wusste, der Typ ist oder wird eine Gefahr sein. Das heißt, der Druck, den ich hatte, den habe ich mir so krass eingeredet und durch diese Industrie und Szenen und so, was halt ist und was ja auch gut ist. Und es wäre gelogen, wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, ich will keine Hits. Wie gesagt, es gibt ja die Leute, die damit nichts zu tun haben und das nicht kennen. Bei mir war das so, ich war dann auf einmal auf dem Film, okay, man muss Hits machen, man muss Hits machen. Jedes Mal neben dem, wo du irgendwie Songs gemacht hattest, auf die du richtig Bock hattest, so was richtig dein Ding war, warst du so, okay, aber der ist vielleicht jetzt nicht massentauglich genug. Ich muss noch was massentauglicheres machen. Und irgendwann habe ich mich von dieser Bubble gelöst, weil ich gemerkt habe, wie mich das abfuckt und mich einfach nervt im Studio. Und ich irgendwie gefühlt nicht mehr frei arbeite, nicht mehr frei schreibe, nicht mehr frei produziere. Und dann ist mir auch gefallen, ey Digga, das Lieblingsalbum deiner Fans, deiner Leute ist Teenager Forever, wo du am meisten einfach gespielt hast und gemacht hast, worauf du Bock hattest. Und nicht auch nach irgendwelchen Regeln oder Hits gegangen bist, sondern du hast einfach gemacht. Es ist witzig, dass du das sagst mit Teenager Forever, weil das Cover ist natürlich auch irgendwie eine klare Referenz an Teenager Forever. Zwischendurch hat man so ein bisschen Wut auch gemerkt, also gerade so zu Beginn des Albums, finde ich. Das geht dann, je weiter das Album voranschreitet, desto mehr geht es eigentlich weg. Aber am Anfang hat man so das Gefühl, ich dachte, ey, also keine Ahnung, kommt das... Es ist ein bisschen so eine Unzufriedenheit mit dem Game oder mit der Szene. Ist jetzt auch nichts Neues, glaube ich, für viele von uns, die in der Szene arbeiten. Ja. Aber wie hast du das da verarbeitet für dich? Ich glaube, du hast das schon sehr gut gecheckt. Also es freut mich natürlich auch, dass das genauso rübergekommen ist. Weil genau das, was du gerade gesagt hast, war der Fall. Es war einfach eine gewisse Wut und Frustration der Szene. Weil, guckt euch das letzte oder die letzten ein, zwei Jahre an, wie viel Scheiße rausgekommen ist an Musik. Also wirklich Müll, 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 Müll rausgekommen ist, was irgendwie, keine Ahnung, so eine gewisse Daseinsberechtigung bekommen hat. Und ich will da auch, ich bin ja eh, ich bin neutral, weißt du, ich greife keine Menschen an und so. Aber einfach rein von der Qualität, man hat gemerkt, dass einfach vielen Leuten es egal ist. Die Qualität einfach egal ist und, aber auch, das muss man auch sagen, man muss auch, man muss auch sozusagen ein paar gewisse Leute in Schutz nehmen und sagen, ey, ich kann es nachvollziehen, weil es gibt Leute, die ich sogar persönlich kenne, mit denen ich cool bin, die mir selber gesagt haben, Digga, was soll ich mich zum Affen machen im Studio, mich meinen Kopf ficken und die Vollgas geben und das Beste versuchen rauszuholen, was ich rausholen kann. Wenn es draußen keiner schätzt und alle so irgendeine Kackmusik hören wollen, in Anführungszeichen, Digga, dann gehe ich da drauf, fuck it. Und ich schwöre es dir, ich kann es nachvollziehen. Weil irgendwann, wie bei mir so eine gewisse Frustration war, war das bei den Leuten die Frustration, die gesagt haben, Digga, eigentlich die Songs von mir, wo ich mir am meisten Mühe gebe, die werden nicht so recognized, aber die Songs, bei denen man weiß, okay, der Song ist auch cool, aber es ist halt was für den Mainstream, die werden dann totgefallen, denke ich auch, okay, für was soll ich mir das andere dann noch geben, wenn es hier eh keinem mehr bockt. Ich kann die Frustration verstehen. Nichtsdestotrotz hat das nichts mit mir zu tun, ich mach das nicht und mich hat das frustriert, dass die Qualität einfach so nachgelassen hat, gerade im deutschen Rap-Bereich, während alles um uns herum halt einfach krass wächst. Und bei mir war das, Bro, das war so ein bisschen, ich hab gemerkt, ich werd so ein bisschen eifersüchtig auf die anderen Länder, dass die diese Culture haben und wir die nicht haben. Weil ich dachte, Digga, warum ist das nicht so, dass wir mit unserer Culture angeben können, sagen können, Digga, das sind wir, das ist unsere deutsche Rapszene, Digga, wir machen euch kaputt. Es wird doch jetzt Zeit für uns zu sagen, Digga, die sollen jetzt bei uns gucken, oder das hab ich schon in meinem letzten Interview, glaub ich, gesagt, Digga, aber bei mir ist jetzt der Drang danach höher denn je, weil bei mir jetzt auch internationale Feature-Anfragen kommen und so, wo ich merke, Digga, außerhalb checken die Leute anscheinend meine Musik, weil Digga, es kommen einfach internationale Feature-Anfragen, wo irgendwelche Leute viel Geld für bezahlen, damit die Feature mit dem machen und die fragen mich nach dem Feature. Und das ist natürlich für mich überkrass, voll die Ehre für mich zu checken, ey, die Leute da draußen checken das. Aber für mich, ich will noch mehr die deutsche Szene haben, eine deutsche Rap-Culture. Das ist unsere Culture, wofür wir uns einsetzen können und stehen können. Und ich verstehe auch gewisse Rapper, die sich auch darüber aufregen und sagen, Digga, wir haben hier keine richtige Culture, weißt du was ich meine, die sich das aber wünschen. Das braucht man, Bro, so damit das ganze Ding wächst. Ja, finde ich auch. Wobei vielleicht traurigerweise so der riesige Erfolg von dem, was du jetzt so als Müllmusik beschreibst, dagegen stehen würde irgendwie. Ja. Weil das funktioniert ja scheinbar auch ganz gut, auch ohne Culture, leider. Ist natürlich immer so eine Huhn-und-Ei-Frage. Aber es wächst halt nicht gut, Bruder. Das ist halt genau, es funktioniert, aber es bringt uns halt nichts im Sinne von Legacy. Ja, es ist nicht nachhaltig und nicht gesund. Es ist nicht nachhaltig. Die deutsche Legacy stirbt. Das stimmt, ja. Die stirbt. Wie gesagt, das ist immer so ein bisschen so eine Huhn-und-Ei-Frage. Es ist fast unmöglich, das herauszufinden, aber weil so viele Kräfte auf sowas einwirken. Was glaubst du, wo wäre der Startpunkt, eine Veränderung zu machen? Weil da spielen natürlich erstmal die Fans mit oder die ZuhörerInnen, die das halt hören am Ende des Tages. Da spielen die Labels irgendwo mit, die KünstlerInnen, die Medien. Da sind natürlich viele Kräfte. Wo müsste es für dich anfangen? Also, wenn ich jetzt ganz, ganz offen und ehrlich bin, müsste es einfach da anfangen, dass einfach wieder da, wo Rap und Hip-Hop herkommt, dass die Rapper und die Musiker einfach wieder die Meinungsmacher werden. Und nicht die Rapper und Musiker einfach bei jedem Deal den Menschen in den Arsch kriechen, um den Deal, was weiß ich, den Deal zu bekommen, um einfach, weißt du was ich meine, Bro, ich verstehe das, jeder will Geld machen, aber so gefühlt, das Gespräch hatte ich letztens mit Summer gehabt, meinem Bro, gefühlt, jetzt gerade im Moment, und das ist noch gar keinen Angriff an die Szene oder so, aber es ist einfach so mein Feeling im Moment. Im Moment kannst du nicht maximal cool und maximal erfolgreich gleichzeitig sein. Es funktioniert nicht. Von einem von beiden musst du ein bisschen was wegnehmen. Wenn du maximal cool sein willst, musst du diesen bisschen Erfolg wegnehmen. Und wenn du maximal erfolgreich sein willst, musst du diese bisschen Coolness rausnehmen. Gefühlt, das ist einfach mein Feeling. Meins persönlich, wie jeder andere das fühlt, ist mir auch Wurst. Allgemein durch die Reizüberflutung heutzutage. Und das hat ja mit allem zu tun, soziale Netzwerke und alles, was heutzutage passiert, dass die Leute auch einfach nicht mehr richtig selber entscheiden können. Ich merke das bei den Kids, Bro. Bei mir war das mit 14, Digga, ich musste alles selber entscheiden. Was ich nach der Schule esse, muss ich selber entscheiden. Was ich Klamotten trage, muss ich selber entscheiden, weil meine Mutter mich so großgezogen hat, Digga, weil meine Mutter mich eine Zeit lang alleine großgezogen hat. So, meine Mutter hat das super gemacht. Die hat mich vorbereitet aus dem Leben. Jetzt die Kids, Bro, die können nicht mehr entscheiden, Digga. Die können mit 22 nicht mal ihre Wäsche waschen, Bro. Weiß was ich meine. Wie gesagt, ich bin neutral, ich bin in die Schweiz. Aber es ist anders geworden, Bro. Glaubst du, es ist auch dadurch, dass man damals, also man hat ja offensichtlich eine komplette maßlose Überreizung den ganzen Tag durch TikTok und alles, was einen so umgibt den ganzen Tag, dass das so ein bisschen, also man dachte immer, das wird noch mehr die Fantasie anregen. Das wird die Leute noch kreativer machen. Aber jetzt zeigt sich, glaube ich, doch eher ein bisschen, dass die Fantasie einschränkt, oder? Das ist der Tod der Kreativität in der Fantasie. Also so gerne ich auch die Apps benutze, ich muss ganz offen ehrlich sagen, TikTok ist einfach übelst unterhaltsam für mich. Ich habe da so einen Algorithmus bei mir, wenn ich auf TikTok gehe, ich bin nur am Lachen, weil bei mir kommen nur lustige Videos einfach. Da kommt auch nichts anderes. Auch voll viele Leute sagen mir, TikTok ist cringe, bei mir kommt nur das und das und das. Das ist bei mir gar nicht. Ich habe da meinen Algorithmus, da sind nur lustige Videos und ich lache den ganzen Tag, wenn ich da reingehe. Aber im Endeffekt ist das der Tod der Kreativität und Fantasie, weil Fantasie findet ja in deinem Kopf und die Kreativität findet in deinem Kopf statt. Das heißt, du musst deine Augen zumachen und dir etwas vorstellen können. Oder du musst Sachen aus deinem Leben ziehen und daraus etwas basten können, zum Beispiel bei Kreativität. Aber alles, was du tust, ist Sachen aus anderen Leben ziehen und Sachen sehen und deine Augen nicht zumachen und deine Fantasie spielen lassen, sondern das sehen, das sehen, das sehen, das sehen, das sehen. Bei denen passiert das, bei denen passiert das, bei denen passiert das. Das, was bei den 15 Leuten auf Instagram passiert, sieht zehntausend Mal spannender aus als das, was bei mir eigentlich im richtigen Leben passiert. Was soll ich denn jetzt aus meinem Leben erzählen? Das juckt die Leute doch gar nicht, weil das hat ja voll viele Likes. Ich nehme den Style und rapp darüber. Safe. Und das ist der Tod. Der Tod der Kreativität, der Tod von Hip-Hop. Ja. Das tut mir voll leid für die Kids, man. Die viele zweifeln wahrscheinlich an sich selber, weil die sowas im Internet sehen und denken, Digga, bei mir ist alles wack, weil bei denen sieht es so aus. Safe. Das tut mir voll leid. Ich bin auch froh, dass ich so ein, zwei Jahre, ich bin jetzt auch nicht alt, weißt du, was ich meine, bin, aber dass ich so ein, zwei Jahre älter bin als das gerade. Weil ich glaube, Bruder, wenn ich das in meiner Jugend wäre, das hätte mich auch übelst beeinflusst. Mhm. Ja, hundertprozentig. Du hast, ich glaube, das war auf Dilemma, ich weiß gar nicht mehr, oder vorher schon. Da hast du auch so Zeilen, wo du sagst, hey, es gibt viel zu viele Kopien mittlerweile von mir. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, weil Eigensein ist auch, das hast du vorhin ganz gut erläutert, lohnt sich nicht mehr. Nein. Was? Gerade so in der Kunst- und Musikindustrie. Ja. Wie schaffst du es, oder womit, oder was ist der Prozess, wo du durchgehst, dass du dir immer wieder sagst, nee, Mann, ich muss es aber machen für meinen Anspruch und für meinen Level, dass ich halten will. Digga, ich beschäftige mich mit mir selber. Es ist einfach, also ehrlich, wenn ich so, wenn ich jetzt Momente habe, wo ich alleine bin einfach, ob ich jetzt irgendwie alleine im Studio bin und sei das nur eine Stunde und mein Kollege kommt eine Stunde später als ich, oder ich bin alleine zu Hause, dann beschäftige ich mich mit mir selber. einfach allgemein auch menschlich. Ich gucke, ich überlege dann, was war heute für ein Tag. So, das habe ich für mich selber gelernt. Mhm. Was hast du heute gemacht? Und dann gucke ich, da hast du Flaws gehabt. Da hast du dich ein bisschen zu schnell aufgeregt. Hätte nicht sein müssen. Kannst du vielleicht ein bisschen cool erklären. Da hast du vielleicht das gemacht. Da hast du ein bisschen gechillt, gefaulenzt und so. Da hättest du eigentlich was machen können in der Zeit und so. Weißt du, was ich meine? Ich versuche so einfach, mich zu bessern. Und so komme ich dann auch immer wieder auf den Trichter, wenn ich dann jetzt, abgesehen vom Menschen, über Musik von mir nachdenke. Über einen Song, den ich jetzt gemacht habe oder über mein ganzes musikalisches Dasein. Und dann wieder denke ich, ich muss Hits machen, ich muss Hits machen. Beim dritten Mal darüber nachdenken, denke ich, was laberst du eigentlich? Ja. Mach das, was du immer gemacht hast. So wie du in diese Kacke reingekommen bist. Ja. Und ich bin reingekommen mit einem, reingekommen nicht, aber ich wurde entdeckt. Ja. Von Bowie mit einem sehr unorthodoxen Song zu der Zeit, wo Leute, wenn die das gehört hätten, so gedacht, Bro, das hat ja auch nicht so viel mit Rap zu tun. Obwohl ich halt schon immer Rapper war. So meine Beat-Auswahl und meine Style-Auswahl waren immer ein bisschen divers. Aber wie gesagt, ich fokussiere mich dann immer drauf, was ich eigentlich bin. Und nicht das, was ich überall sehe, was man auch wieder merkt. Instagram beeinflusst auch mich, weil ich sehe überall das. Und klar, wenn du dann siehst, der geht mit diesem Schrott-Song so oft durch die Decke und macht das und das und das, dann denkst du dir auch, ey, vielleicht fokussierst du dich mehr drauf, sowas zu machen, was die breite Masse versteht oder besser verstehen kann. Und dann merkst du mal wieder, nein, mach einfach das, was du denkst. Und wenn es so sein soll, dann wird die breite Masse es verstehen. Dann habt ihr diesen Funken, wo ihr gerade übereinander springt, so wie das vielleicht schon bei Phantom oder Sandmann war. Weil da sah ich auch nicht im Studio und hab gedacht, mach mal einen Hit. Weißt du, was ich meine? Und hab einfach gemacht und der Funken ist übergesprungen. Und so sollte es sein. Der Prozess ist natürlich schwieriger als jetzt einfach nur gesagt, getan, weil vieles von dem man sieht, was Gold geht und was funktioniert und dann adaptiert man das für dich selbst, das findet ja auch unbewusst statt. Du merkst ja gar nicht, dass du dich da annäherst. Wenn die Leute jetzt das Album hören, beispielsweise auf Dilemma, da ist so dieser Song überrascht einen und überwältigt einen so krass, weil da plötzlich so beispielsweise die Drums reinkommen oder diese Trommeln, die gar nicht dazu passen im heutigen Kosmos oder was auch immer, was man da auf dem Song normalerweise machen würde. Das ist ja ein Moment, wo du zumindest im Studio dann wahrscheinlich irgendwann den Gedanken hast, gut, ich entferne mich gerade mit dieser Trommel sehr weit von dem, was normalerweise erfolgreich ist. Wie kalibrierst du dich? Perfekt, dass du das sagst, weil ich war, und da bin ich jetzt sehr ehrlich, ein Jahr war ich genau auf diesem Film. Ich distanziere mich gerade zu weit von dem, was Mainstream ist. Nimm das raus und ersetze das mal mit diesem Element, was gerade jeder verstehen könnte. Ja. Und das habe ich ein Jahr lang gemacht. Und das hat ein Jahr lang meine Kreativität so krass eingeschränkt. Ehrlich, ich schwöre es dir, wo ich wieder gemerkt habe, wo ich dann irgendwann so dieses Erwachen hatte und aufgewacht bin und gesagt habe, so eines Morgens aufgewacht und gesagt habe, weißt du was, kack drauf, mach einfach das, was du am besten kannst. Und das ist halt einfach dieser Shit, den ich mache. Und genau so war das. Ich bin im Studio und jetzt bin ich wieder im Studio, mach sowas und denk mir einfach nur, boah, wie krank ist das? Das hat keiner gerade. Das hat keiner gerade. Ich drehe dann so da drauf durch. Weiß ich meine eher so, dass ich irgendwas gerade wieder gemacht habe, was halt jetzt gerade keiner macht. Und die seelische Befriedigung ist wahrscheinlich auch geiler, für etwas Bestätigung zu bekommen, wo du ganz genau weißt, du stehst 100% hinter und das kannst nur du machen. Das ist voll der wichtige Punkt, sprichst du mir auch wieder aus den Gedanken raus. Weil bei Phantom war das zum Beispiel so. Als das mit Phantom war und der so durch die Decke gegangen ist, habe ich gedacht, Digga, das ist übelst krass gerade. Ich habe mich nicht einmal verbogen in meiner Karriere, um irgendeinen Style zu machen, der gerade angesagt ist. Ich habe meine Linie durchgezogen bis hierhin, lange und jetzt hat es geklappt. Gerade ein sehr ungeduldiger Song in seinem Charakter ist Itachi Flow. Yes. Yes. Der geht ja von einem Song zum anderen. Da sind glaube ich drei, zwei, drei Beat Breaks drin. Das sind drei Songs im Prinzip, die du da zusammen gemacht hast. Auch wieder so ein Moment, wo man natürlich sagt, ey, also ich glaube so diese... Also Beat Breaks sind natürlich jetzt nichts, was es vorher noch nie gab. Ich glaube am prominentesten kennt man das mittlerweile durch Sicko Mode. Yes. Was ich mich immer frage, als Künstler, wenn du im Studio sitzt, du hast da im Prinzip drei Songs gemacht, die alle sehr nice sind. Ja. Und du opferst ja sozusagen zwei Songs, wenn du die alle zu einem zusammenlegst. Also wie kam die Entscheidung diesen Song? Also warum muss der genau so existieren, wie der jetzt ist? Ähm, der Entstehungsprozess war einfach, der war ganz anders. Der war nicht so, dass man so... Weil, na klar, was viele Leute auch denken, was auch berechtigt ist, ist natürlich der Film, dass du sagst, ey, der hat drei Songs gehabt, hat alle drei in Schiffen bekommen und alle drei Skizzen hat sie zusammengeklatscht. Ja. Und ist auch verständlich, dass man so denkt, aber war bei mir natürlich... Was heißt natürlich? War bei mir aber ganz anders. Mhm. Weil ich hatte den ersten Teil von Itachi Flow und der erste Teil von Itachi Flow ist eine Hook, sind zwei Parts. Hätte ich am Ende noch ein, zwei Spiele reingemacht, dann hätte man den offiziellen Song von 2022, einfach von der Songlänge, hätte das schon gereicht. Ja, das stimmt. Und der Song ist auch stark genug, um als alleiniger Song dazustehen, meiner Meinung nach. Und auch viele haben ja auch gesagt, dass das halt für die der absolute Durchdreher ist. Es ist ja auch klar, wenn der anfängt, da kommt eine andere Energie auf einen zu und die anderen sind ja ein bisschen slower. Ja. Dann war es tatsächlich so, dass der zweite Song, der ist ein, zwei Monate oder einen Monat später entstanden, als der erste Teil vom Song. Ähm, der war da so, dass ich ihn, in dem Song hatte ich einen Beatbreak gehabt. Aber mit den gleichen Elementen des Beats. Das heißt, er hat den Beat einfach ein bisschen geswitcht, so einen kleinen Switch-Up gemacht. Aber es war eigentlich der gleiche Beat. Es war einfach nur ein Switch-Up und Thematik hatte ich geändert in dem zweiten Song. Mhm. Dann habe ich gemerkt, ey, warte mal, das ist irgendwie so eine sehr ähnliche Tonlage. Der harte Song und der, den ich gerade hier mache, diesen weichen, der zweite Teil von Itachi Flow. Ah krass. Und habe gesagt, Digga, was ist denn, wenn du einfach diesen harten, ganz hart brichst und einfach in so ein Thema übergehst, weil es so unorthodox ist einfach. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil es ist irgendwie thematisch, zieht sich schon irgendeine Linie durch, aber trotzdem halt so eine Achterbahnfahrt so. Ja. Habe das dann gemacht und das hat auch richtig krass funktioniert. Ja. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich will jetzt den zweiten Teil, das ist jetzt voll kompliziert. Den zweiten Teil, wo ich ja eigentlich den Beat Break drin hatte, habe ich den Beat Break rausgemacht, habe den zweiten Teil dann nur so kurz gemacht, wie er ist und habe den dritten Teil dann am Ende in der Session gemacht, produziert. Mhm. Und habe geguckt, was könnte jetzt am geilsten kommen, da jetzt nochmal rauszugehen und nochmal eine andere Stimmung zum Ende hingeben, dass du am Anfang vom Song so intensiv reingehst und am Ende aber so nachdenklich soft rausgehst. So, das war auch meine Intention einfach, ne? Ja. Und das hat dann relativ gut funktioniert meiner Meinung nach und so ist der Song entstanden. Also es war nicht so, dass es drei Skizzen waren. Ja. Das ist einfach so alles nacheinander gefühlt so gestackt passiert. Was passiert mit Management und Label, wenn du solche Sachen anreichst? Bei mir sind die abgehärtet. Also bei mir sind die abgehärtet. Bei mir, also Gott sei Dank, bei meinem Management gibt es auch gar keine Diskussion. Die geben mir natürlich immer Tipps und Ratschläge und sagen, ey, du weißt selber, was das für ein Song ist. Und meine Antwort ist dann auch meistens immer, ja, ich weiß. Ja. Aber bei mir, die sind schon abgehärtet und lassen mich schon das machen, was ich machen will. Management und Label. Weil du vorhin auch meintest, die Titel kommen so ein bisschen eigentlich aus dem Leben gegriffen und die bieten sich so an. Mhm. Die Liebe hat bei deinem letzten Album auch eine Rolle gespielt. Nicht nur im Titel. Auch wenn man zwischen den Zeilen Richtung Ende des Albums auch schon sehr, sehr deutlich eine Rolle gespielt. Wir haben im Interview damals auch drüber gesprochen. Mhm. Jetzt aus einer anderen Perspektive aus diesem Album. Also es hat keinen Zusammenhang auf jeden Fall. Also jetzt die zwei Titel oder so, dass ich so sage, das ist jetzt so die Fortleitung von den Weißwein-Hardbreaks-Dings. Es hat keine Zusammensetzung. Es hat einfach, der Titel kam ja in mein Leben, weil ich mir irgendwie Gedanken über dieses Thema gemacht habe. Und viele Leute haben mich ja auch gefragt, warum Loyalty Over Love, Loyalty Over Love. So, es gab dann auch Videos, wo ich von, als die Single rauskam, haben dann so Reaktor sich gestritten, so zwei Reaktor. Ne, Loyalty ist wichtiger. Ne, Liebe ist drüber. Und um das ganze Ding nochmal kurz auch aufzuklären. Das ist Loyalty Over Love, da geht es halt einfach eher darum, dass man sagt, egal ob du dich dick und dünn, ob du dich streitest mit jemandem oder nicht, du bist loyal zu ihm. Das heißt, egal was es ist, egal in was für einer Phase ihr euch befindet, der Typ steht hinter dir und der fickt dich nicht. Und deswegen einfach Loyalty Over Love. Weil Love ist sogar so bei Loyalty inbegriffen. Weil du bist nur loyal zu jemandem, den du auch liebst. Da hast du jeder das Doppelpack-Ding. Aber reine Liebe ist in unserer heutigen Gesellschaft leider, ja, es wird nicht mehr für das angesehen, was es mal war. Früher war, glaube ich, Liebe sehr intensiv und man hat es sehr ernst genommen. Und ich habe so das Gefühl, dass du durch so Generationen, über Generationen, Generationen das Wort Liebe so an Bedeutung für die Menschheit verloren hast. Es wird so hingeworfen, so als wäre das so. Für mich hat das alles etwas ein bisschen Intensiveres. Aber deswegen hat man dieses Ding genommen, diesen Loyalty Over Love-Film. Weißt du, was ich meine? Oder, keine Ahnung, so. Dein Bruder, dein irgendein Freund von dir, Digga, mit dem du lange warst, keine Ahnung. Der klaut dir Geld, Digga, aber der liebt dich, Digga. Aber der Freund, der loyal zu dir ist, der klaut dir kein Geld. Auch wenn er vielleicht gerade broke ist und das Geld brauchen könnte, aber er ist loyal zu dir, Digga. Und deswegen Loyalty Over Love. Okay, verstehe ich. Das brauche ich eher in meinem Leben. Weißt du, was ich meine? Das ist das, was für mich gefühlt jeder Mensch mehr in seinem Leben braucht. Leute, die loyal zu einem sind und nicht Leute, die einen lieben. Nur lieben. Finde ich voll interessant. Weil, also das ist total verständlich. Trotzdem ist auf diesem Album, deswegen ist vielleicht die Frage, ob das überhaupt auch dein Privatleben so dermaßen auch reflektiert. Da ist zum Beispiel mit Bitch Back ist da so ein, ist im Prinzip ein Breakup Song so. Da rappst du auch. Ich bin eigentlich nicht ready für so ein Commitment. Ja. Erfrischend ehrliche Art und Weise der Song, weil ich habe gerade gesagt, ein Breakup Song, aber so auf die Art und Weise habe ich es auch noch nicht gehört, dass jemand das so für sich verarbeitet. Ich glaube auch und Bitch Back, ich muss auch wichtig dazu sagen für jeden, der das Interview sieht und den Song danach hört, Bitch Back ist komplett geschlechtsneutral. Weil ich kenne auch viele Männer, die Bitches sind. Und dieser Song ist auch für Frauen gemacht. Frauen, die sagen, Digga, you can have your Bitch back, Digga. Nimm diesen Typen zurück, der ist so ein Chub, Digga. Wirklich, ich kenne auch viele Männer, die Bitches sind. Weißt du, was ich meine? Es ist geschlechtsneutral. So in diesem Moment ist Bitch, das ist nicht irgendwie auf irgendein Geschlecht bezogen oder so. Das ist einfach der Song, die Hymne für irgendjemanden, der irgendeinen Partner hatte, der zu viel von sich selber gehalten hat. Wo man einfach sagt, Digga, komm, lass gut sein. Nimm zurück. Das ist für Bernhard und Bianca der Song. Ganz genau. Du hast eine große Neuigkeit gehabt in diesem ganzen Trubel und Album machen und so weiter und so fort, denn du hast offiziell endlich dein Label gegründet. Yes. Teenager Forever natürlich, standesgemäß. Natürlich. Erstes Signing auch standesgemäß. Natürlich. Trim, dein Day One Homie, der dich begleitet, den eigentlich jeder, der dich verfolgt seit Tage eins auch kennt. Yes. Wie zufrieden bist du bisher mit dem, was, ich meine zwei Singles von ihm, beide sind komplett eingeschlagen, würde ich sagen. Beide sehr, sehr auf sehr, sehr Home Level. Yes. Vielleicht ganz kurz aus meiner Perspektive, wenn man sich Interviews anguckt, da hast du witzigerweise vor zwei, drei Jahren schon gesagt, ey, wir machen richtig langsam. Wir machen und wenn der richtige Zeitpunkt kommt, dann kommt der auch und dann kommen wir auch mit guten Songs. Und das Versprechen, würde ich sagen, habt ihr echt eingehalten so. Ich danke dir vielmals erstmal. Ich danke dir erstmal im Namen von Trim, aber ich bin da derselben Meinung. Trim auch. Und ja, ich glaube, bei uns beiden, ich glaube, es hat einen Grund, warum wir so lange einfach Wegbegleiter sind und seit so lange auch egal durch dick und dünn gegangen sind und gemacht haben. Weil wir einfach merken, dass wir einfach ein bisschen ein anderes Denken haben, als eigentlich der Großteil der Gesellschaft, die wir kennen. Weil der Großteil der Gesellschaft, die wir kennen, hat die üblichen Prinzipien und die üblichen Weisen. Schnell Geld dran. Böhm, 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 böhm. Gerade im jungen Alter, keine Gedulden. Wenn dich jemand fragt, ey, willst du lieber in zehn Jahren eine Million oder willst du jetzt heute auf die Hand 100k? Die meisten sagen, ich will jetzt 100k. Weißt du, was ich meine? Und wir beide sind so ein bisschen anders. Wir sind so auf, ey, lass mal, wir schaffen schon zehn Jahre uns über Wasser zu halten. Wir nehmen zehn an die Mio mit. Auf locker. Weißt du, was ich meine? Und abgesehen davon ist dann halt, haben wir das genauso auf Musik projiziert, haben es so durchgezogen und wie es kommen sollte. So Gott war mit uns und es ist so gekommen, wie es kommen sollte. Wir haben es angekündigt. Wir haben es gemacht. So ich glaube, ich bin nicht bekannt dafür, dass ich irgendwie Sachen ankündige und sie dann nicht mache oder durchziehe oder so. Es war natürlich schon immer der Plan, aber es war nicht so. Wir wollten das Ding nicht rushen. Weißt du, was ich meine? Weil was bringt es, wenn ich ein Label aufmache, ihn unter Vertrag nehme? Das heißt, ich muss mich auch um ihn kümmern. Was bringt es, wenn ich noch voll in meinem eigenen Künstleraufbau drinne bin, kommt, was ich immer noch bin. Weil ich bin immer noch nicht da, wo ich sein muss. So. Aber trotzdem habe ich jetzt die Zeit und die Mittel und die Möglichkeiten, mich um ihn zu kümmern oder ihn zu versorgen, da wo er es braucht. Und er kann das machen, worauf er Bock hat. Und das ist ja das Ding bei Teenager Forever. Weil bei uns gibt es keinen... Mach, was du willst. Mach, was du willst. Mach, was du willst. Solange es krass ist. Mach keinen Scheiß. Mach keine Schmodder Musik. Mach krasse Musik. Und solange es krass ist, mach, was du willst. Was du brauchst, versuche ich dir zu organisieren. So. Das ist so der Vibe von unserem Label. Mehr und nicht mehr ist nicht mehr und nicht weniger. Einfach, ich will einfach ein Kollektiv aufbauen von krassen Musikern. Digga. So weißt du, was ich meine. Und einfach dieses Kollektiv zu haben. Dieses sich Tennisbälle hin und her zu schmeißen zu können. So. Und sagen zu können, Digga, wir haben hier ein Kollektiv. Hier sind so ein paar Jungs. Ganz gefährlich so. Da kann jeder miteinander, weil man kennt das. Ja. Bei jedem Label hast du diese zwei. Bei diesen großen Labels von damals hattest du aber diese zwei, wo du so gesagt hast, ja, Bro, die sind so diese Mitbringsel. Ja. So, weißt du, was ich meine. Und das will ich nicht. Ich will das auf meinem Label, oder auf unserem Label, dass da wirklich das Ding ist, dass wir einfach ein Kollektiv von krassen Jungs sind. Ja. So, ob der eine mit dem anderen Vibe, das ist scheißegal. Aber halt, dass man wirklich sagt, Digga, in jeder Ecke stimmt's da. Da müssen halt auch ein Streit zum Künstler sein. Das reicht dann auch, wenn es drei krasse sind. Mhm. Ja, das ist krass, dass du das ansprichst, weil gerade wenn man, also wenn du ein Label hast und das erste Signing ist jemand, mit dem du wirklich seit Tag eins am Start bist, dann ist das nochmal ein bisschen schwieriger, den zweiten und den dritten zu finden, als wenn du jetzt einfach so irgendeinen signst. Also, das ist jetzt nicht böse gemeint gegen irgendeinem Rapper, aber wenn du jetzt einfach nur Talente suchst oder was anderes, als wenn du so, weißt du, eine enge Verbindung schon zu deinem ersten Signing hast. Bro, ich sag dir ehrlich, ich hab aufgehört nach Talenten zu suchen. Ich suche so oder so gar keine Talente mehr, ich suche nur noch Hustler. Wie gesagt, es ist so, so harte Arbeit gewinnt gegen Talent, wenn Talent nicht arbeitet. Weißt du, was ich meine? Und das muss man halt, das muss man checken. Und deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, klar, den zweiten, dritten und so zu finden, ist hart. Aber wie gesagt, es ist eh so, dass man nicht so auf diesem Talentscout-Film ist, dass man eher auf dem Film ist und so ein bisschen guckt und gerade eher am Beobachten ist. Weißt du, was ich meine? Man beobachtet sich gerade Kids, die man sieht und guckt halt, was die machen und wie die halt reinbuttern. Weißt du, was ich meine? Ja. Und Jazik ist ein gutes Beispiel dafür. Kennst du Jazik? Klar, safe. Bro, ich hab den entdeckt auf TikTok. Ich hab ihn direkt geschrieben und hab ihm gesagt, wie krass ich ihn feiere. Bro, das erste, was der Typ gemacht hat, er hat mir erstmal eine Woche lang jeden Tag neue Songs geschrieben. Wo ich gesagt hab, wow, 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 dieser Junge ist unfassbar. Weil bei ihm ist ja nicht nur dieses Hustler-Dasein, dass er einfach hungrig ist, sondern Digga, der Junge, der singt ja auch geist, er hat ja noch geistkranken Talent dazu und hat das. Weißt du, was ich meine? Deswegen, der ist jetzt, ich wünsch den Jungs auch alles Gute, so. Der Junge ist wirklich ein Bombenjunge, so. Ich wünsch dem nur den größten Erfolg, weil ich gesehen hab, Digga, der hat Bock, der ist hungrig, Mann. Der hat Bock, weiß was ich meine. Der faulenzt nicht rum, weil er weiß, dass er singen kann. Ja. So, und das ist nice. Und wie gesagt, das muss man haben. Ja. Und das hat Trim auch. Trim ist einer, der hat Hunger. Er ist ein Hustler. Ja. So, seitdem ich ihn kenne, ist er ein Hustler. So, wir hustlen seitdem ich ihn kenne, so. Und das muss man haben bei uns. So, Teenager Forever ist ein Hustler-Label, Bro. Ja. Und das muss man halt haben. 100%. Ey, jemand, mit dem du sehr, sehr viel Zeit verbracht hast, die letzten Monate. Ja. Ähm, das kam vielleicht ein bisschen in erster Linie überraschend, so für deine Fans und für ihre Fans auch. Loredana. Ja. Erzähl mal, ich mein, natürlich gibt's da industriell, sag ich mal, Verbindungen, aber ihr wart noch nie so musikalisch übertrieben nah aneinander oder habt irgendwie Sachen miteinander gemacht. Ja. Deswegen, wie kam das überhaupt? Ähm, um ehrlich zu sein. Also, ich wusste ja, ich wusste ja, dass Lory voll der Fan von meiner Musik ist, so. Und hab ihr das auch immer hoch angerechnet, weil man muss ihr ja auch lassen, dass sie zum Beispiel der klassische Fall von nicht diesen Angsthasen-Rappern ist, dass sie einfach, wenn sie jemanden fühlt, sie es feiert. Mit ihr hatte ich nämlich auch genau die Gespräche. Die sagt, Digga, ich hör mir doch lieber Deutschrap an, Digga, das ist doch unsere Muttersprache als Ami-Rap. Aber man kann halt nicht so viel hören, weil irgendwie nicht so viel mich gerade bockt. So, das ist halt Geschmackssache, aber es ist halt so. Ja. Und sie war halt, sie ist ja eine, Bro, wenn sie was feiert, Digga, sie teilt das öffentlich, dass sie es feiert. Sie hört den Song, so. Und man weiß ja auch, dass sie einen unterstützen kann, wenn sie einen Song in der Story hört, weil sie hat einfach auch ein paar Follower, so, weißt du, was ich meine? Safe. Das heißt, sie kann auch viele Newcomer unterstützen. Ja. Und deswegen hab ich ihr das eh immer hoch angerechnet und war dankbar, dass sie auch meine Musik so in der Öffentlichkeit feiert, so. Mhm. Und dann kam es einfach zu dem Punkt, dass ich wusste, sie hat Bock mit mir zusammenzuarbeiten. Ich hatte aber so meinen Kopf ein bisschen zu sortieren gehabt, hatte ein paar andere Aber trotzdem dachte ich, Digga, wenn ich mit ihr zusammenarbeite, was kann ich ihr denn bieten? Was kann ich da? Weißt du, was ich meine? Weil für mich ist es ja so, das ist das, was sie macht. Aber ich glaube, da bin ich der Falsche für. Mhm. Dann hat man sich aber kennengelernt und hat gelabert und man hat sich direkt angefreut. Also wir haben voll viele Gespräche am Anfang gehabt. Mhm. Und voll viele so Talks einfach über das Leben und über Musik. Und ich hab gedacht, Digga, krass, die checkt voll viel. Die kennt auch voll viele Sachen. So, ich dachte, die kennt das gar nicht und feiert voll viele Sachen, von denen ich dachte, Digga, sie hört ganz andere Musik, dachte ich immer. Und war dann geflasht von ihr. Dann hat man viel geredet. Und dann hab ich gesagt, Digga, weißt du was? Ich glaub, das könnte voll krass werden. Scheiß mal drauf, lass einfach arbeiten. Weißt du, was ich meine? Weil das ist ja klar, ist mir bewusst so. Loredana hat in der Öffentlichkeit ja auch ihre ein, zwei Sachen gehabt. Und ja, und dann hab ich sie kennengelernt. Dann war das so, dass ich dann ihr gesagt hab, ey, ich sag dir ehrlich, wir können zusammenarbeiten. Aber wenn wir zusammenarbeiten, so, du weißt ja, was ich für Musik mache. Und ich hab Bock, mit dir was zu machen, aber ich hab Bock, ein Projekt mit dir zu starten, wo ich sage, Digga, wir machen jetzt mal so einfach was anderes. So. Und sie sagt, Digga, deswegen will ich auch mit dir zusammenarbeiten. Ich will diesen Shit machen. Und wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass es besser oder schlechter ist. Weil ihre Hits, die mussten sein. Und die sind auch gut. Zu der Zeit, wo die rauskommen sind, jetzt gibt's ein paar Hits, die ich nicht mehr hören kann. So, das weiß ich auch, Digga. Aber ist auch normal so, wie sie Songs von mir hat, die sie nicht mehr hören kann. Aber zu der Zeit waren die auch gut und haben ihre Daseinsberechtigung und müssen ja auch da sein, weil die Songs haben sie dahin gebracht, wo sie sind. Ja. Aber für mich war jetzt einfach so der Film, wo ich gesagt hab, Digga, man kann auch jetzt mal was Neues ausprobieren. Weil jetzt ist sie der Superstar. Mhm. Und jetzt hat sie auch mal die Möglichkeit, was Neues auszuprobieren. Und dann hab ich ihr gesagt, ey, wenn wir das machen, wir machen das real, ne? Und sie hat gesagt, ja. So, ich sag dir ehrlich, ich wollte bei dem Album eh so auch ein, zwei realere Sachen oder realere Themen. Ich wollte so ein paar Themensongs machen und sowas. Und dann war ich mit ihr im Studio, bin mit ihr einfach so im Studio durch die Gang gelaufen und ich schwör, die haben einfach drei Stunden oder so gelabert. Ah, krass, okay. Hat sie mir so sehr viele Sachen erzählt. Die haben einfach nur gelabert. Ich hab viel zugehört. Sie haben viele Sachen auch gefragt einfach, die mich interessiert haben. So, die ich einfach wissen wollte über sie. Die man irgendwie gehört hat, wo ich gesagt hat, Digga, sag mir einfach mal. Weil ich bin ja auch, du weißt ja, wie ich bin. Ich bin so ein offener, direkter Typ. Ich frage auch voll ekelhaft direkt, was war da eigentlich? Was war da? So war das auch. Und sie ist genauso offen und ehrlich und hat mir auch voll viel erzählt. Und ich war so oft, Digga, die Frau hat eine übelst krasse Lebensgeschichte, Digga. Oder eine übelst krasse Story allgemein. Ich muss mit dir Musik machen, so. So, ich muss das. Das, was sie mir jetzt erzählt hat, das muss ich rauskitzeln. Das ist übelst krass, Digga. Also ich war so voll geflasht, ich war voll auf meinen Dr. Dreyfuss. Ja, ja. Ich muss das rauszuhören, weiß ich meine. Aber bis heute ist es auch hier. Und sie liebt es auch, mir zusammenzuarbeiten, weil ich ja genau das haben will. Ich will keine verstellte Loredana, ich will keine Diss-Loredana. Ich will das, das Reale, was wirklich drinnen passiert, so. Weißt du, was ich meine? Und es waren auch, ich sag dir ehrlich, es waren auch anstrengende Sessions. Weil da sind auch persönliche Songs dabei, die auch für sie anstrengend sind, zu schreiben, so drüber zu reden oder so. Weiß ich meine, weil bei mir ist es auch so. Bei mir gibt es, ich habe es dir auch gesagt, bei mir gibt es keinen. Du chillst rum im Studio und bim, bap, bap, bap. Wir worken hier. Ja. So weißt du, was ich meine? Und sie hat auch voll Spaß seitdem wieder. Ich habe das auch gehört. Da kam dann ein Produzenten ins Studio, die gesagt hat, ey. Digga, Loris, da habe ich lange nicht mehr gesehen, dass du hier so mitten im Prozess drin bist und dies und das und so. Ja. Das hat mich auch voll gefreut zu hören. Und wie gesagt, und so kam das. Und so hat sie gesagt, ey, ich will einfach, dass du mein ganzes Album produzierst, weil wir eine Studio-Session gemacht haben. Krass, Mann. Das hat ihr so krass gefallen, hat sie direkt gesagt, ey, kannst du mein ganzes Album produzieren? Crazy. Habe ich gesagt, Digga, it's gonna be a bumpy ride, weil ich habe viel zu tun. Ja. Aber weißt du was, ich habe so Bock auf dieses Projekt, wir machen das zusammen, komm. Ganzes Album? Ganzes Album. Krass. Ich bin offiziell, damit ihr es hier hört, zuerst auf Apple Music, der Executive Producer von mein Loredana-Album. Wow. Okay. Crazy. Wie weit seid ihr so? Dazu sage ich noch nichts. Okay. Okay. Ja, krass, Mann. Aber geil. Das ist doch mal eine Mischung, Alter. Die kann sich, glaube ich... Das ist übertrieben krass. Ich sage dir ehrlich, das ist übertrieben krass. Und ich bin ja auch, ob es jetzt Yoshi, Mix und McCloud sind, die Jungs, die davor ja sehr viel krasse Sachen mit Lory auch gemacht haben. Auch den Jungs haben wir das gezeigt. Und die sind auch bei einigen Songs, haben die auch gesagt, krass, Mann, das ist echt nice, voll erfrischend und nice. Und weißt du, was ich meine? So ist mal was anderes so. Und ich glaube, das ist auch ganz nice einfach so. Weißt du, was ich meine? Für alle Ohren. Und ich bin gespannt, wie die Leute das finden. Hart, Alter. Krass. Ich bin sehr gespannt. Auch soundtechnisch, in welche Richtung das geht und so. Ja, das wird... Lass dich überraschen. Ich sage gar nichts. Lass dich überraschen. Aber es wird auf jeden Fall... Viele Leute, glaube ich, werden überrascht sein, wie sie rappt und singt. Ja. Weil das kann sie auf jeden Fall krass. Das muss man sagen. Kurze Props hier an Loredana. Ja. Wie gesagt, ich war live mit ihr im Studio. Die Frau kann rappen, Digga. Und die kann auch singen, wenn man sie... Wenn man es ihr nahe bringt und sie so... Weißt du, was ich meine? Ein bisschen schubst. So. Sie will natürlich nicht so viel immer so singen und so. Na klar, wenn man jetzt nicht der Sänger-Sänger ist, Ryan Carey-mäßig, dann ist das immer so ein bisschen... Weißt du, was ich meine? Ja. Aber sie kann beides wirklich rappen, kann sie übertrieben krass. Ja. Taggefühl und so. Sie ist auf jeden Fall eine Rapperin. Sie ist eine MC. So, da kann man ihr nicht vorwerfen. Ja. Crazy, man. Ja. Ja. Eine sehr, sehr spannende Mischung, Alter. Echt. Ganz zum Schluss, ganz kleines Thema. Ich weiß gar nicht, ob du so großartig darüber redest, weil dieses Thema hatte in der Vergangenheit so ein paar Hürden und Hindernisse hier und da. Aber ich habe das Gefühl, dass in den letzten Monaten hier und da durch ein, zwei Tweets, glaube ich, das Verhältnis vor allen Dingen zu Shindy, aber insbesondere auch zu OZ und vor allen Dingen in dieser Kombination auch sich angenähert hat. Yes. Je nachdem, wie viel du darüber sagen kannst, über den aktuellen Stein. Ich meine, Shindy ist eh gerade ein bisschen heiß, weil da auch nichts geht gerade. Ja, ja. Aber... Kann man ganz kurz und knackig beantworten, Bro. Bei OZ ist ja tatsächlich der Film, dass wir beide ja eh nie ein Problem hatten. So weißt du, was ich meine. Ja. Man ist halt einfach zu dem Zeitpunkt, wo damals man dann nicht mehr so viel zusammengehangen hat, hat man dann, klar, hat manchmal viel miteinander zu tun gehabt, was ganz normal ist. Ja. Und mit Shindy war das auch ganz kurz zum knappen Ding. Man hat gequatscht, Digga. Und hat gemerkt, Digga. Okay, nice. Weiß gar nichts. Ja. Und wie das halt so oft ist, Digga. Und es ist halt auch leider so, weil man kann schon sagen, jetzt kann man ja ein bisschen offener und freier über diese ganze Sache reden und so. Zu der Zeit, als ich damals mit Shindy gehongen habe, wir waren schon cool miteinander. Wir haben uns schon sehr, sehr gut verstanden. Das kann man schon wirklich sagen. Ja. Wir haben viel miteinander geredet. Man hat sich sehr gut verstanden. Und ich glaube, für uns beide war es so ein bisschen so... Es war schon ein bisschen traurig so. Hat man, glaube ich, bei mir auch damals gemerkt, dass da ein bisschen Frust dabei war. Und so ein bisschen Enttäuschung, weil man so da nicht so von gedacht hat. Ich glaube, ich bin eh so ein Typ. Man weiß es bei mir. Ich trage jetzt nicht so viel von meinen privaten oder emotionalen Sachen im Internet aus. Ja. Und da zu dem Zeitpunkt hat das einen schon gefrustet. Aber wie gesagt, man hat sich einmal getroffen, man hat gequatscht und alles ist cool, man. Okay. So. Ja. Ein Stein vom Herzen weniger ist immer was Gutes. Reden ist immer besser als Krieg. Ey, Reezy, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Alter. Vielen Dank für diese geile Platte, die ich allen Leuten ans Herz lege. Wenn die Leute das hier hören, dann bist du wahrscheinlich noch auf Tour. Aber ich weiß, wahrscheinlich alles ausverkauft, so größtenteils, ne? Die letzten Städte sind auf jeden Fall alle ausverkauft. Ja. Was draußen ist dann. Ja. Aber ihr könnt auf jeden Fall auf mein Instagram abchecken und auf so ein paar Internetseiten werden da Tickets unter Fans, glaube ich, auch verkauft. Also, falls ihr unbedingt kommen wollt. Ja. Ich kann es euch ans Herz legen, verpasst es nicht. 100 Prozent. Checkt ab, ob ihr da noch Tickets kriegt. Ja, Mann. Ich danke dir, Alter. Vielen Dank für dieses Album. Ich danke dir, Bro. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, Alter. Bis zum nächsten Mal. Yes. grocery zum Belo Treium mamma Schiff ich danke dir,